Was ist die Zähne für die Zähne? Ich habe mich zu meinem jüngsten Sohn gehört, der einen Arbeitskollegen hat, der hier in Denta Prime war, in Bulgarien. So, dann bin ich hierher geflogen, habe mir nochmals einen Kostenvoranschlag machen lassen. Der war noch mal viel, viel günstiger als in Ungarn und daraufhin habe ich mich für Bulgarien entschieden.